In OneNote führe ich immer meine Aufwandslisten. Dazu muss ich Datum und Uhrzeit erfassen. Natürlich besteht da die Gefahr, dass ich mich vertippe. Geht es irgendwie einfacher? Das geht in OneNote relativ einfach, Markus. Es gibt drei wunderbare Tastenkombinationen. Wenn du in die erste Spalte jetzt das Datum einfügen willst, drücke doch einfach die Tastenkombination Alt-Umschalt-D und schon ist das Datum drin. Wenn du die Uhrzeit brauchst, benutze die Tastenkombination Alt-Umschalt-T. Und falls du eine Kombination davon brauchen würdest, könntest du die Tastenkombination Alt-Umschalt-F benutzen. Wenn du die Tastenkombination nicht merken kannst, kannst du diese Funktionalität auch über die Registerkarte einfügen, in der Rubrik Zeitstempel benutzen. Dort gibt es diese drei Funktionen auch. Gibt es für Word eine ähnliche Möglichkeit, Datum und Uhrzeit einzufügen? Wenn du gewohnt bist, in OneNote mit Tastenkombinationen zu arbeiten, dann setzt doch einfach die gleichen Tastenkombinationen auch in Word ein. Für das Datum Alt-Umschalt-D und für die Uhrzeit Alt-Umschalt-T. Eines musst du dabei aufpassen, in Word sind es immer Feldfunktionen, die da eingefügt werden. Das heißt, wenn du mal mit Alt-F9 dir die Anzeige der Feldfunktionen einschaltest, siehst du, dass die Daten automatisch aktualisiert werden. Das heißt, in dem Fall müsste man dann die Feldfunktion, wenn das fester Text sein soll, erst noch umwandeln in festen Text. Und wie kann ich die Feldfunktion in festen Text umwandeln? Auch da geht es am einfachsten über eine Tastenkombination, indem du dich in der Feldfunktion befindest, egal ob ich die Anzeige aktiv habe oder nicht. Und dann drückst du STRG-Umschalt-F9. Aha, man sieht beim Datum, da wird was drum herum angezeigt, erlebt was. Und wenn ich jetzt auch hier STRG-Umschalt-F9 drücke, dann verschwindet das. Und jetzt ist es fester Text.